Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von 7 days to die. Schön, dass ihr hier mit dabei seid. Heute bei Tag 21, äh, sorry, 21. Wieder den dritten Dritten entgegen, an meiner Seite, mit Echo. Hallo, Mann. Hallo. Und natürlich auch Herr TonyTV und der Kai. Grüßt euch. Hallo. Hallöchen. Unsere Gemeinschaft wird immer größer. Sehr schön. Ja. 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 So. So. Mein. Mein. Herzlich willkommen. Mit Drogen in den Händen. Du kannst das zur Zeit nicht verwenden. Hast du irgendwie eine Infektion? Was? Infektion. Hast du irgendwas links? Ja. Ich hab einen grünen Kopf mit Husten sprechen, was auch immer. Ja, das hat jeder. Husten sprechen mit 1,1% oder sowas. Drück einfach mal die Tab-Taste an. Klick auf deinen Charakter. Ja. Ja? Ja. Und dann hast du dort. Guck mal, ob du eine Infektion hast. Leichte Infektion von 1,2%. Honig. Honig trinken. Pangi, du weißt, wo Honig ist? Ich hol den Honig. Natürlich. Honig. Honig. Ich hab ein bisschen charismatischer Auftritt. Ah, ja. Ja, das kommt durch mich um Pangi, weil wir was gelevelt haben. Dadurch hast du direkt 20 HP und 20 Ausdauer mehr. Oh. Hm. Moment, hier gibt's Honig. Hattest du Pangi gefragt, wo der wohnen will? Deswegen hab ich da ja nochmal Dings gemacht. Oh, klar. Weil da halt trotzdem noch sein Schlafsack drinnen liegt, ne? Und das ist halt... Hier liegt halt der Schlafsack von Janus drin, den wir nicht aufheben können. Da denke ich, wir wollen dir Janus einfach mal. Oder nicht? Guck mal noch zerstören. Okay. Einfach zerstören. Und neu platzieren. Ja. Jetzt muss das Infektion wechseln. Und das dauert einen Moment. Ja, der Moment dauert. Äh. Du hast schon deine Quest, also deine, 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 deine. Wie heißt das? Ah, ich komm jetzt nicht drauf. Totoro? Totoro gemacht? Oh, nee. Nee. Ja, dann bist du das dran. Verhandelte, leichte Infektionen, geht zurück, ja? Genau. Antibiotische Medizin ist was? Der Honig oder was? Berüchtig, als Beispiel. Wir haben auch richtiges Antibiotika. Wichtig ist, dass der Wert wieder zurückgeht. Welcher? Naja, deine Infektion. Ja, ich denke, glaube. Jo. Dann gucken wir doch mal bei Kleidung, was wir für dich haben. Erstmal gucken, wo du denn das hingebaut hast. Kleidung. Hier, Flamotten. Da kannst du dich erstmal anziehen. Was zieht man hier so an? Erstmal nur, was dir gefällt. Äh, nichts davon? Ich traue nur gefütterter Kapuze, gefütterter Buspanzer, gefütterter Handschuhe, gefütterter Beinschienen, also alles gefüttert. Ja. Also Maya, ich hätte einen pinken Puffermantel, wenn du den möchtest. Cowboy-Stiefel und eine Jeans, nützt mir wahrscheinlich nichts. Ne, das ist erstmal nur Kleidungständer. So, was gefütterte Stiefel. Wo soll ich die jetzt hinziehen? Hier unten hin? Nein, einfach in dein Tasmar rein. Und wenn du anklickst, dann steht dann Tragen. Genau. Eine Buchse, glaube ich, was ist das? Beinschienen. Ich weiß nicht, Stiefel, Beinschienen. Sind Beinschienen auch eine Hose? Ne, Beinschienen sind Rüstungsgegenstände. Das ist aber auch okay. Das ist richtig. Solltest du auch kein... Also muss ich jetzt auch eine normale Hose holen, was? Genau, solltest du auch kein Eisen nehmen, weil Eisen ist schwer. Jetzt kann ich also doch die Jeans anziehen. Ne. Ne. Ihr macht mich irre hier. So. Und Oberteil? Wie gesagt, ich hätte einen Puffermantel für dich. Muskelshirt. Pflanzenhemd, T-Shirt, Sweatshirt. So, jetzt klickst du die Teile einlachen. Müsst du sie auch noch mitnehmen, oder nicht? Ja, ja. Das ist noch Rüstung. Das Fütterische Stiefel ist das auch nur Rüstung, oder muss ich jetzt auch noch Schuhe anziehen? Ne, Stiefel sind Stiefel. Also sind Schuhe und Rüstung. Teilzeit ist gleich. Einfach anklicken jetzt. Tragen, äh, jetzt klopfen, zacken wir an die Tür, ich gehöre mich mal im Traum. Hier da muss ich noch. Fragen. Genau. So. Weil ich noch mal schon Kopf. Kannst du? Ich habe das, dass man alles nur ausseht. Man braucht es nicht, man kann es tragen. Du kannst hier ohne die Kapuze tragen. Sie? Wir haben auch schon ein Helmlicht. Die hat Stelle 3, da kann man den Helmlicht dran bauen, dann siehst du auch eine Dunkelheit mehr, ohne dass du eine Fackel in die Hand nehmen musst. Klick an. So, wartet, den siehst du noch nicht an. Jetzt, ähm, Helmlicht. Wahrscheinlich beim Mods. Genau. Geh mal wieder auf die erste Mods. Und da Helmlicht. Genau. Jetzt nimmt es die Kapuze. Klickst auf Verändern. Und ziehst das Helmlicht bei Modifikation rein. Helmlicht nicht. Anklicken. Anklicken. Linke Maulente. Und nach links. Nach links. Nach links. Da Modifikation. Da unten. Die Leiste. Die 2. Ja? 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 Und, und. Perfekt. Perfekt. Jetzt wieder raus. Raus. Und jetzt, um der Hut zu tragen. Jetzt kannst du da rausgehen. Und jetzt drückst du mal F. Ah, und schon hast du Licht. Der Dunkelheit. Ist das Licht auch irgendwann aus? Leer? Nee. Nein. Das hier ist Ultra. Ultra, sind sie, äh, Ultra, Ultra, Ultra langweil. Gibt's auch, äh, dass ich mich selber sehen kann? Äh, leider nicht, außer auf dem Fahrzeug. Nein, nein, auf dem Fahrzeug. Oder, 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 drückst du Tab und auf Charakter. Da siehst du nur deine vorderen Gesicht. Ach, stimmt. Hier ist eine bestreifte Buchse. Ja, das ist ja hier, ähm, die Rüstung. Das sind Rüstungsgegenstände, ne? Du hast ja die Jeans an. Das heißt, ich hab jetzt alles an, was ich muss, oder fehlt noch was? Nein, 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 sonst musst du das mal so weit ausgerüstet. Hm. Die Nikolaus Mütze steht hier nicht. Ja, sollte ich ja nur so aufziehen aus Spaß. Wenn ich mich jetzt schlage, gehst du dann kaputt? Ja. Ja. Mist. Kann man das ausstellen? Nein. Nein. Manchmal würde ich es wünschen. Hm. Ja. Die Erfahrung, die ich gegenseitig habe. Die haben wir auch. Sonst soll ich, ich sag mal so, man kann es freistellen, also entscheidet selber. Mir ist das egal. Also kann man ja wenigstens noch versuchen, darauf zu achten. Was sagt du nochmal? Ich bin durstig, sagt sie. Dann schnapp dir doch mal hier was zu trinken. Dann schnapp dir doch mal hier was zu trinken. Du bist witzig. Ich laufe da echt so mit dir dahin. Was soll ich denn jetzt gucken? Fertige Getränke oder was? Fertiges Essen, fertige Getränke. Ja, was nimmt man dann hier so? Gekochtes Wasser, Bier? Ja, man nimmt in erster Linie erstmal normales Wasser. Oh, ein Kaffee. Hier gibt es Kaffee. Kannst du auch einen Kaffee nehmen, dafür besser ist deine Ausdauer. Ja, heute machen wir sozusagen ein bisschen... Ist das nicht schwierig vorzubereiten? Ähm, wie schwierig vorzubereiten? So muss ich... Nach dieser Herstellung. Das musst du lernen, aber nein. Kriegen wir hin. Kannst du ruhig einen Kaffee nehmen. Kaffee ist sogar relativ gut, weil ich habe bisher kein Kaffee angepflanzt, weil wir noch so viel Boden haben. Aber dann würde ich in Zukunft auch Kaffee anpflanzen. Der Kaffee ist immer gut für Ausdauer und Sonst. Ja. Ja, das war nämlich für mich eine Frage, ob ich jetzt hier irgendwie seltene Rohstoffe... Nein, hier gibt es keine seltenen Rohstoffe. Alles easy. Dann pflanze ich jetzt noch Kaffee an, weil ich habe oben eh sechs Beete frei. Dann pflanze ich jetzt nochmal sechsmal Kaffee an. Ähm, habt ihr jetzt schon in der Zwischenzeit den Speer verbessert oder habt ihr noch Stufe 3? Ähm, ich habe was Besseres für dich. Für uns? Für uns. Herstellen kannst. Sperrstall. Sperrstall. Nur kann man es auch so essen, also ne? Ich sage mal, wir nehmen hier mit in die Komfortzone. Auch bei Tag 21 haben wir trotzdem schon mal ein bisschen was. Was dir hilft. Ähm, ähm, schnüppeln, schnüppeln, was haben wir da? Was sagst du? Tiro. Tiro, Tiro, Tiro. Äh, Bessbeschläge. Mein Bessbeschläge. Haben wir nicht ein Fünfer? Ah, ne, der hat es mal wahrscheinlich genommen, ne? Da haben wir noch eine Tiro. Das ist das, was herstellt können wir nicht. Achso. Keine Ahnung. Baseball Steger Stufe 4. Meier? Meier? Hm? Komm mal zu mir. Mhm. Hier bei Waffen. Mhm. Klickst du an. Klickst du an. Und musst du mal den Baseball Steger Stufe 4 heraus. Mhm. So. So, dann. Woni, wirst du mit dem Mofa weg? Weil ich an Horded Basen bin. Bitte? Ah, okay. Dann hab ich von der Kiste weg, aber du bist schon. So, Eisensperre. So gut, hier kann nur jeder nacheinander dran. Genau. Genau. Okay. Ja, wirst du den Boden empfehlen? Mein Warten? Ja, aber das spiel ich dir eigentlich her. Da ist doch ein Sechser drin. War noch ein Sechser Bogen. Ich wollte den selber haben. Was bitte? Vielleicht wolltest du den selber haben. Nicht unbedingt. Sechser Bogen nehmen? So, jetzt stelle ich dir einmal Pfeile her, weil... Quests würde ich dann mit dem machen, wenn es vielleicht Tag ist. Und das würde die anderen schon mal weiter machen. Pfeile. Da kann Maya ja gleich die Federn vorne aus dem Vogelnest sammeln, die wir vorhin vor der Tür haben. Ja, ich steine. Holz und Federn. Lass mich selber wieder glauben. Habt ihr schon was? Ja, ich hab ungeräumt. Holz. Ich hab auch eine Armbrust. Wenn, ähm... Maya das haben möchte. Ich, ich enthalte mich hier. Ihr müsst mir sagen, was ich machen soll. Ich steh hier grad erstmal nur drum rum. Dann nimm einen. Ja, jetzt kümmer ich mich erlauben, dass du ein bisschen ausgerüstet bist. Ähm, Armbrust wollte ich jetzt noch nicht geben. Lass erst ein bisschen mit dem Pfeilen malen. Aber Armbrust brauche ich auch selber. Da muss ich ein bisschen lustig zu sein. Okay. Ja. 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 Weil das ist jetzt... Am Ende müssen wir ja alle überleben. Äh, Federn. Dann hier. 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 So. Federn und den hier. Federn. Ja, ich muss jetzt überschrechen ein bisschen. So. Okay. Dann Pfeile herstellen. So. Dann gehen wir doch mal nochmal. Mal gucken, was die Jungs gebaut haben. Unsere Abwesenheit. Ah, dann komme ich auch mal mit. Ui. Ui. Ja. Fünf Räume. Theoretisch wäre dieser Raum wohl noch dein Schlafsack liegen würde. Den konnten wir ja nicht entfernen. Deswegen liegt der da noch. Vielleicht wird das auch deinen Raum, wie du willst. Ja, wenn der wohl einen gemeinsamen Raum haben. Ja, könnt ihr auch gemeinsam trotzdem. Das sind nämlich auch die größeren Räume. Den, äh... Kommst du noch ein? Mehr ich? Na, tun sie mal. Na, tun sie mal. Wie war es? Äh, Punk, soll ich euch ein Doppelbett bauen? Vielen Dank.